So, gucken wir doch mal, was der Osterhase uns im Sturm versteckt hat. Irgendwo muss ja was sein. Kann ja nicht wahr sein. Was ist denn das? Hau ab, du Arschloch! Das ist ja was Feines. Eine Silbersonne von Keller. Danke, lieber Osterhase. Die ziehen wir uns mal gleich rein. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, das ist natürlich wieder sowas, was der Papa mag. Mal gucken, ob es so funktioniert. So, die FKW Silbersonne. Wir warten mal kurz, bis der Wind ein bisschen nachlässt. Aber dann werden wir wohl schlechte Chancen haben. Also ein bisschen vom Wind mal wieder verweht. Aber egal. Ja. 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 Sehr schöne goldene Funken mit ein bisschen Silber drin. Könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein, aber extrem lange brennt. Dauer 2 Minuten ist angegeben. Auch ein herrlicher Artikel. Ich liebe diese Sonne, sei es nun die Vekodiamant-Sonne, die von Niko, was ja auch eigentlich eine Vekopremium-Diamant-Sonne ist oder sowas und das Ding hier, das wird auch nicht viel anders sein, einfach herrlich. Ich liebe diese Sonne, die von Niko, was ja auch eigentlich eine Vekopremium-Diamant-Sonne. Untertitelung des ZDF, 2020